Dann gibt es verschiedene Technologien, wie Siebdruck, Digitaldruck etc. Kannst du eine einfache Beschreibung für eine Leie machen, was die Vor- und Nachteile sind und was es heute so ein bisschen gegangen und gäbe ist, auch ein Digitaldruck. Und so Vor- und Nachteile, wie ich denke, so eine Broschüre, einfach drücken. Es gibt mittlerweile unzählige verschiedene Drucksysteme, also mit diesen Geräten, die ich eingeschaffen habe, ist es zum Beispiel nicht möglich, Druck auf einem Kugelschreiben zu drücken. Oder auf einem Feuerzeug. Was ich habe, ist zum Beispiel eine Rollendruckmaschine. Da wird einfach das Medium, das ich bedrucken bekomme, abrollen. In Form von Papier auch in diesem Fall? Papier oder Folie? Wie nennt man diese Drucktechnologie? Das ist einfacher Digitaldruck.